so kann man schnell und einfach ein barsch auseinander nehmen erstmal hier mit dem messer reingehen dann nach unten durchschneiden an der flosse vorbei wichtig immer von sich weg nicht dass es zu bösen verletzungen kommt so komplett nach hinten durch so und dann hier auch bis zum kopf und das wiederholen wir jetzt auf der anderen seite so jetzt fängt die fummelerbeit an die haut jetzt einfach abziehen und dann hier einfach mit dem daumen dazwischen gehen glitschig so Untertitelung des ZDF, 2020 Mach mal kurz Pause Ich dachte, das wäre ein Bester da Okay, jetzt weiter Habe ich mal ein bisschen zu tief geschnitten Deswegen hängt das ein Stück ab Ok, jetzt weiter Vielen Dank.